Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung mit mir, Alexander Kaiser. Ja, ich hoffe, Sie haben letzte Woche die Sendung gesehen, denn da haben zwei Pferde gewonnen. Anna Mix mit Frank Nivar und Milor Thomas mit Riku. Das waren zwei schöne Sieger. Ich hoffe, die haben Sie natürlich gespielt, denn da gab es über eine hunderte Quote, wenn Sie die beiden gespielt haben. Ja, diesmal geht es ja nach Dubai, nach Meydan am Samstag und am Sonntag nach St. Clou in Meydan. Ja, wirklich tolle Rennen, der größte Renntag des Jahres, fast nur Gruppe 1 Rennen. Ja, und wir von OneX2 haben natürlich noch einige Boni für Sie parat, können Sie natürlich alles durchlesen. Viele, viele Boni, die Steuer wird Ihnen zum Beispiel zurückgezahlt am Samstag. Also, es lohnt sich wirklich bei OneX2 an diesem Samstag zu spielen. Ich habe drei Rennen für Sie rausgesucht, das sind die drei letzten Rennen, das sind die drei Hauptereignisse. Und wir gehen gleich rein ins siebte Rennen hier am Samstag nach Meydan, das Gruppe 1 Rennen Dubai. Duty Free Rennen hier über 1800 Meter. Ja, und hier sind wirklich schon die ersten Bomber am Ablauf. Allen voran natürlich De Fugue, das ist der gute Europäer, die gute europäische Stute hier aus dem Stall von Gostin. Letztes Mal in Schattin, knappe zweite im Breeders' Cup zu Magician. Ganz knapp geschlagen hier. Also, De Fugue wirklich eine der besten europäischen Stuten, die noch aktiv im Rennbetrieb sind. Und natürlich mit der Form hier erste Wahl. Dank hat auch im Breeders' Cup ja gut, ist gut gelaufen. Hier hat nämlich gewonnen aus dem Stout-Stahl hier davor. Die Formen waren eher mittelmäßig, kann man sagen. Und dann hat es wirklich geknallt hier im Breeders' Cup. Ganz souverän gewonnen. Ja, Werzen Getorix, der ist die Meydan-Strecke gegangen. Hier ist noch ungeschlagen und wird natürlich in diesem Rennen zeigen müssen, was er denn wirklich kann. Aber mein Tipp kommt aus Japan. Just the way hier aus dem Stall von Nasuoke Sugai. Hier ist Co-Favorit mit De Fugue hier. Ich denke mal, wird so 4 zu 1 geben, 3 zu 1 am Toto. Also, just the way hier. Wenn Sie mal in die Form gehen hier. Der war in Nakayama, hat das Pferd gewonnen mit dreieinhalb Längen. Letztes Jahr war es eigentlich nicht so gut mit diesem Pferd hier. Einige durchwachsende Leistung. Aber die letzten beiden Formen waren wirklich phänomenal und hat auch den Saisonschlag. Das hat er natürlich den gemeinten Pferd natürlich voraus. Just the way hier ist für mich der Sieger im siebten Rennen am Samstag in Meydan. Und dann geht es weiter ins Acht-Rennen. Dubai-Shima-Classic-Rennen. Vierjährige und ältere Pferde über 2.400 Meter. 5 Millionen US-Dollar ist dieses Rennen dotiert. Ja, Favorit ist ein Pferd aus Irland. Und zwar ist das Magician aus dem O'Brien-Stahl hier, der die gute The Fugue geschlagen hat im Breeders' Cup. Ja, das Pferd eigentlich eher mit durchwachsenen Formen kann man sagen. Im Breeders' Cup hat er dann wirklich alles auf einen Punkt gebracht und hat auch gewonnen. Davor die Form, wie gesagt, nicht so ganz stark. Gruppe 1, ja, mäßig eher. Aber Magician ist der Favorit mit dem Breeders' Cup. Aber für mich hier keine Wette wert. Ja, Cyrus de Egel, der kennt Meydan in- und auswendig mit Christophe Soumillan. Hier hat schon einige gute Leistungen gebracht. Die letzte Frankreich-Form war aber ganz schlecht. Da ging gar nichts zusammen hier. Aber der Valafon-Chori-Barbon ist natürlich hier, war schon auch wegen Doping schon einmal dran bekommen. Für mich hier nur Außenseiter. Der ist für mich so langsam über dem Berg. Dunder, den muss man natürlich immer im Kopf behalten hier. In solchen Rennen, aber für mich geht der Sieg wieder über ein japanisches Fett. Gentle Donner ist die Stute hier, die Vollbomber-Stute. Ja, im letzten Jahr zweiter zu St. Nicholas Abbey. Das war eine großartige Leistung. Jetzt sitzt Ryan Moore auf der Stute. Ja, und diesmal haben sie ihr einen Start gegeben. Da wurde sie aber nur Sechster. Das war natürlich nicht so gut, aber das war natürlich nur, um Konditionen zu kriegen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann lautet das Motto bei Gentle Donner, sie wollen unbedingt ein Rennen gewinnen am Maidantag. Und für mich werden sie das. Gentle Donner, alles oder nichts hier mit Ryan Moore im achten Rennen am Samstag in Maidant. Und dann zum Hauptereignis, das neunte Rennen hier. 10 Millionen US-Dollar ist dieses Rennen notiert. Der Dubai World Cup für vierjährige und ältere über 2000 Meter. Und hier kommt der Favorit wieder aus dem O'Brien-Stand. Und wieder meine ich, dass er die Quote nicht wert ist. Das ist Ruler of the World. Ja, der siebte des Arcs hat nach seinem Derbysieg nicht mehr gewonnen. Gewonnen hier ist aber nach Klasse natürlich erste Wahl. Military Attack hier auch noch drin aus Hongkong. Der hat eine frische Gruppe 1 Siegform. Letztes Jahr konnte er drei Gruppe 1 Rennen gewinnen. Ein absolutes Top-Pferd aus Hongkong. Und auch hier ganz gefährlich. Ich gehe aber mit einem Außenseiter. Und zwar gehe ich diesmal mit einem Starter von Soroa hier. Und zwar ist das Prinz-Bischop mit Kiran Fellen. Der war immer so die dritte, vierte Farbe. Aber Kiran Fellen hat ihn immer sehr stark geritten. Und er konnte zweimal gewinnen. Letztes Jahr, immer wenn er in die großen Rennen gegangen ist, hat er enttäuscht. Aber diesmal ist er besser denn je drauf. Und die Quote hier 10 zu 1 ist der absolute Wert. Also wetten Sie Prinz-Bischop mal im neunten Rennen am Samstag im Dubai World Cup. Und dann habe ich noch ein Rennen für Sie parat am Sonntag in Saint-Cloud. Das ist aktuell das dritte Rennen, das Listen-Rennen der Prix-François Mathais hier. Das Rennen hier für die dreijährigen Hengste. Und hier haben wir einen deutschen Starter, der ganz gefährlich ist. Wild Chief aus dem Stall von Hirschberger hier. Ein Start, ein Sieg konnte Stanley schlagen in Köln. Das war ein sehr, sehr guter Sieg hier. Fabien Lefebvre ist hier der Partner. Aber hier haben wir zwei Pferde mit absoluter Top. Hier Abstammung Golden Gepard aus dem Ammerland-Stall. Das Pferd, das ja aus der Grey-Lilas gezogen ist. Also aus Hurricane natürlich. Also das ist ein Pferd zum Nidaktin mit der Abstimmung. Zwei Start, zwei Siege. Aber die Formen wurden nicht unbedingt aufgewertet. Aventador, der war Zweiter, ganz knapp Hals zu Golden Gepard. Der konnte das aber nicht bestätigen. Anders ist dies bei Diagan. Der aus dem Gruppe-3-Rennen kommt, war dort Zweiter. Der Dritte konnte stark ein Listen-Rennen gewinnen. Ja und der Erste, das ist auch ein Vollbomber. Das ist Elliptik. Also das waren wirklich tolle Pferde, gegen die der Dessauung des Starter gelaufen ist. Wenn er läuft, dann wetten Sie im dritten Rennen am Sonntag Diagan. Und wenn er nicht läuft, dann passen Sie mal auf Wild Chief auf. Denn der hat sicherlich noch einiges in petto. Ja, das war es schon mit unserer Tippsendung. Ich wünsche natürlich ganz viel Glück für Sie am Samstag in Meldan. Und ich hoffe, Sie haben den ein oder anderen Sieger. Bis dahin machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. 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 Vielen Dank.